Ein bisschen Raum, ein bisschen Hölle, ein bisschen Schicht, was ich heute schimpf. Jetzt, 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 jetzt. Aus der Gornel 1, danke schön. Der Tourist aus Düsseldorf. Das ist aber gleich hier. Ja klar, Düsseldorf, Oberhof, Pille, und das ist auch wieder heiß. Und doch alles ein großes Kittel. Das ist die Rheinwiese, da war gerade sechs Tage vorbei. Das war schon wieder mir. Hast du ja nichts tun, oder? Weißt du? Oh, der Paloma. Mal ist, wenn du mal Lenk gehst. Und das Stroh. Wasser. Und das Stroh. Wasser. Wenn ein Raufwach-Eckchen ist, ist er quasi am anderen Uniform. So, für die Bühne dazu. Tschüss! Können wir jetzt loslegen? Warum nicht? Wir haben die solche Hände mit dem Kälte zu wollen. Ist das ihr, nicht? Das ist gut. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.